Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Die liebe Özlem hat da was gemacht und zwar hat die eine Box mit Orion herausgebracht und die habe ich jetzt hier. Und wenn du Bock drauf hast mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Schätzelein hat mit ihrem Rabatt 98,83 Euro gekostet, soll aber einen viel viel höheren Bahnwert haben. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal an. Es kommt daher mit einem Seitenpapier in einem Karton, wo Elanelo X Orion draufsteht, was ich schon mal sehr sehr schön finde. Weil das gibt halt dem Ganzen auch nochmal eine persönliche Note und erstmal herzlichen Glückwunsch Özlem. Also mega mega cool so eine Kooperation zu haben, ohne Witz, wenn man aus dem Bereich, sie sagt ja quasi Nachtisch, also es ist im Prinzip eine Foodbox. Also, liebes YouTube-Team, wenn ihr dieses Video zur Monetarisierung euch anschauen möchtet, es geht um eine Foodbox. Es ist Nachtisch. Und ja, wenn man das selber kreieren kann, ist es wirklich ein Jackpot. Kann man nicht anders sagen. Und dann lächelt uns direkt die wunderschöne Özlem an. Wunder, 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 wunderschön und richtig cool. Das Leben ist zu kurz. Ist den Nachtisch zuerst. Finde ich sehr charmant. Und es ist eine Autogrammkarte von ihr. Liebe ich. Werde ich in Ehren halten. Und ja, eine sehr sehr schöne Aufnahme von ihr. Ich, ach, die Frau ist einfach, die ist großartig. Ich mag sie. So, dann habe ich hier diesen Jutebeutel. Genau, der kommt zuerst hier raus. In dem kannst du nämlich deinen Nachtisch wunderschön aufbewahren, aber auch tatsächlich schön weiterverwenden. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Denn ich sehe es ja selber bei mir. Die ganzen Boxen und so, die verwende ich natürlich als Versandkartons und gebe die aber halt weiter. Die ein oder andere Box bleibt da tatsächlich. Also zum Beispiel die Goodieboxen, die verwende ich als Lagerungssystem. Aber die meisten wandern weiter. Und so ein Jutebeutel, der bleibt. Also ich finde es großartig. Und das ist, glaube ich, auch schon das erste Produkt. Und dann schauen wir mal zusammen hinein. Da habe ich hier erstmal was Schweres drin. Da habe ich ein bisschen Respekt vor. Kann ich nicht anders sagen. Sie hat gesagt, es ist großartig, vor allem in Kombination mit dem anderen Wow-Produkt aus dieser Box. Deswegen muss dieses Teil auf jeden Fall ausprobiert werden. Es ist nämlich aus Glas. Also es ist auch ein bisschen gebogen. Und dadurch, dass halt hier dieses blaue Band drumherum ist, gibt es dem Ganzen halt auch nochmal eine etwas geriffeltere Oberfläche. Sehr, sehr schwer. Also ich habe da wirklich Respekt vor. Kann ich nicht anders jetzt so mal kurz sagen. Aber ich finde es wirklich nice. Ach, guck mal, das ist hier oben sogar richtig nachempfunden. Auch interessant, ne? Ja, und das kann man zusammen verwenden als Paar. Das kann man, hat sie auch gesagt, ne? Alle Produkte kannst du als Paar verwenden. Du kannst es aber auch für dich alleine verwenden. Und ich denke auch, dass sowas sowohl für Männer als auch Frauen verwendbar ist. Du hast hier aber trotzdem noch ein Säckchen... Oh, nicht umfallen. ...mit dabei. Nicht, dass Sammy sich erschreckt, weil hier irgendwie so ein Glasding umfällt, ne? Und da hast du, glaube ich, nochmal die, ähm, Information, wie man das verwenden kann, mit dabei. Äh, ja. Version 01 ist auch nett, ne? Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können. Naja, wenn es runterfällt, dann hast du Kleinteile. Ähm, ja. Ne? Ist auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Dann haben wir als nächstes hier was drin. Das fand ich auch ziemlich cool. Da hat sie gesagt, ähm, Handschellen sind immer etwas schwierig in solchen Bereichen. Weil die halt auch einfach schnell kaputt gehen. Das stimmt, definitiv. Und wenn du sie zu nicht kaputtbar hast, dann sind sie vielleicht für die ein oder andere Person zu fest, zu gut, ne? Und dementsprechend kann das dann auch mal wehtun. Und hier hat sie halt welche mit reingepackt, die aus Silikon sind. Und das finde ich nett. Magic Schieber. Magic Schieber. Und, äh... Oh, wirklich angenehmes Material. Wirklich angenehm. Und sie hat gesagt, man kann das auch weit auseinanderziehen. Okay. Und, äh... Ich habe große Hände. Doch, das passt auch rein. Das ist auch schon mal positiv, ne? Denn ich habe das euch auch mal in meinem Pure Lay Unboxing gesagt, dass mein Armumfang und auch mein Halsumfang und mein, ähm, Knöchelumfang gar nicht mal so winzig klein ist. Dementsprechend ist es wirklich gut, dass die halt auch mit drin sind. Das ist angenehm, ähm, abzumachen, aber es flutscht nicht direkt runter, ne? Fühlt sich auch wirklich hochwertig und gut an. Das kann ich nicht anders sagen. Also da hat, äh, Özlem auch ein Produkt rausgesucht, wo ich erst gedacht hätte, hm, weiß ich ja nicht, ne? Weil halt auch manchmal etwas kritisch gegenüber solchen Spielzeugen, aber, ähm, nein, Nachtisch-Inhaltsstoffen. Aber die sind, machen, also, mir in der First Impression auf jeden Fall einen guten Eindruck. Und dann habe ich hier eine Schlafmaske drin. Ähm, ja, sowas habe ich tatsächlich jetzt schon zuhauf da. Das ist jetzt für mich tatsächlich eher so ein Füllprodukt. Aber trotzdem ist es auch etwas, wo man einfach als Einsteiger ganz gerne zugreifen kann, ne? Die kannst du aber auch zweckentfremden, dass du sagst, Mensch, ich brauche die einfach mal im Flugzeug. Oder ich brauche die, wenn ich irgendwo übernachte, wo ich keine Jalousien habe oder so, ne? Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ähm, ja, ich hätte sie jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt gebraucht. Aber sie hat sich einfach was dabei gedacht und hat das hier mit reingepackt. Ähm, ja, ist halt okay, ne? Dann kommen wir schon zu den Pflegeprodukten, bevor wir zu dem Highlight kommen. Ähm, da habe ich jetzt hier das Lemon Coco Massageöl. Ja gut, ähm, Limone und Coco sind alle beide leider überhaupt nicht meine Düfte. Aber Massagen mag ich. Also Schatzi hat mir auch letztens tatsächlich für ein Massagestudio einen Gutschein geschenkt. Und da kommen wir dann vielleicht einfach beide mal auf den Geschmack, dass man sich halt auch einfach mal wieder ein bisschen öfters gegenseitig den Rücken massiert. Denn wir sind ja im Renovieren und wir haben ein Kind, was wir durch die Gegend tragen und so. Da kommt es eigentlich echt gut, wenn man einfach sich gegenseitig auch mal, ne? Einfach eine Massage gönnt. Und ja, 50ml sind hier drin. Ist alles soweit, so gut. Zitrone und Kokosnuss. Mensch, Öslem. Was ist, weiß ich nicht, so Erdbeer oder so. Wäre doch ganz nett gewesen. Hier haben wir etwas, was man auch immer in Verbindung mit Spielzeugen aus dem Bereich verwenden sollte. Das ist ein wasserbasiertes Gel. Und ja, das kannst du oder solltest du halt immer verwenden, wenn du entsprechend diese Produkte verwendest. Ne? Damit man sich halt auch erstmal dran gewöhnen kann. Genau. Klassische Größe, 50ml. Macht auf jeden Fall Sinn. Wasserbasiert ist auch immer eine ganz gute Sache. Weil das vertragen die meisten halt auch tatsächlich. Ne? Du kommst ja damit auch mit den Schleimhäuten in Verbindung. Und da macht das auf jeden Fall Sinn. Ich hätte es ja ganz cool gefunden, wenn sie auch noch irgendwie einen Tollclean mit reingepackt hätte. Weil das hätte auch definitiv reingepasst. Aber ja, wir haben jetzt nämlich auch schon das dritte Pflegeprodukt. Dann wären es vielleicht zu viele Pflegeprodukte gewesen. Das ist ein Gel, was einfach das alles ein bisschen verfeinert mit Minze. Das muss ich auch einfach mal mir genauer anschauen. Sie hat da sehr von geschwärmt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Und das kannst du natürlich auch in Verbindung mit dem Produkt, was gleich kommt, noch verwenden. Ich weiß gar nicht, ob man das auch innerlich verwenden kann. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es ist einfach ein Massagegel. Und nee. Das ist wirklich nur für die äußere Anwendung. Genau. Also das ist für deinen äußeren Spielbereich gedacht. Aber tatsächlich steht hier auch eher so für die Frau. Also für den weiblichen Bereich. Und ja, okay. Finde ich interessant. Kann ich nicht anders nennen. Wehenennen. So, hier habe ich noch eine Gebrauchsanweisung, glaube ich, mit dabei. Für das Highlight-Produkt, was jetzt kommt. Dann hätten wir nämlich hier auch das Täschlein einmal leer. Und da habe ich von Orion Bestmade ein Wand. Nee, Wand, Wand ist ja Englisch, ne? Steht dann wahrscheinlich eher so für Stab. Stab heißt Wand, oder? Ich glaube schon. Die Power Speed Vibration ist in Kopf und Schaft separat steuerbar. Ah, interessant. Also du hast halt wirklich sowohl in dem längeren Teil hier unten die Vibration mit dabei und hier oben. Und das ist ein Produkt, was auch für mich tatsächlich neu ist. Ja, ein Hygienesiegel. Zwei Hygienesiegel. Das können wir uns hier mal kurz angucken. Und das kannst du natürlich für dich alleine verwenden oder auch mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen verwenden. Und das auch in Kombination mit dem Glas-Produkt. Glas-Nachtisch. Und das soll richtig abgehen, sagt man sie. Okay, so. Ja, das ist hier alles noch hygienisch verschlossen. Das hat genau die gleiche Haptik wie auch bei den Handschellen. Sehr, sehr angenehmes Silikon, muss ich wirklich sagen. Das fühlt sich sehr schön an, sehr elegant, sehr weich. Und man sieht halt bei dem Produkt meiner Meinung nach direkt, dass das jetzt kein Massagegerät ist für den Rücken. Okay, es geht auch schon direkt an. Okay, dann kann ich... Ah, unterschiedliche Stufen kann man einstellen. Sieht man das? Der rastet da oben voll aus. Okay, mit M und W kannst du dann sagen, wo das jetzt wie sein soll. W ist dann wohl nicht hier unten. Und M ist auch oben. Und da geht die Party noch mehr ab. Okay. Okay, ja, schön. Ich weiß jetzt nicht. Habe ich ein Ladekabel mit dabei? Ja, ich wollte schon sagen, ne? Und meistens kann man das irgendwo reinstecken. Meistens dann hier auch da, wo dieses Power-Ding ist. Das ist manchmal so... Nee, hier. Bei DC, da ist das manchmal so ein bisschen versteckt, ne? Das sieht man von außen nicht, weil du kannst natürlich auch das komplette Produkt unter dem Wasserhahn abwaschen. Weil das ist ja auch... Du konntest es auch in der Badewanne verwenden meistens, ne? Und, ja, deswegen ist es so gestaltet, dass du quasi von hier außen tatsächlich durchdringen musst. Und, ja, passt ja auch irgendwie zum Gerät. Finde ich auch sehr angenehm in der Hand. Liegt ganz gut in der Hand. Muss ich nur mal gucken, wie es dann auch in der Handhabung ist, ne? Also das ist die Box jetzt gewesen. Ich fand sie sehr schön gestaltet. 98,83 Euro ist eine Ansage. Ne? Das kann man nicht anders sagen. Aber ich finde schon, dass sie sehr schöne Produkte hier reingepackt hat. Sie hat auch wirklich eine schöne Auswahl. Sie hat sich bei jedem Produkt wirklich intensiv was überlegt. Sie hat versucht, auch wirklich eine Box zu gestalten, die für Fortgeschrittene ist, die für Anfänger ist, für Paare, für Singles, ne? Und ich finde schon, dass es die perfekte Nachtischbox ist. Mir gefällt die definitiv. Und, ja, dann schauen wir mal, wie das Ganze dann auch in Anwendung funktionieren wird, sagen wir es einfach mal so. Aber ich mag tatsächlich, dass sie diese Kooperation eingegangen ist. Denn sie hat einfach mit den ganzen Adventskalender-Unboxings, die sie halt auch gemacht hat in dem Bereich, sehr, sehr, sehr schön viele und gute Informationen weitergegeben und ein Zeichen gesetzt, was ich auch super gerne unterstützen möchte. Ja, das wäre es ja auch von mir gewesen. Schaut gerne bei Özlem vorbei, wenn ihr einfach mehr von ihr sehen möchtet, wenn ihr wissen möchtet, wer die Frau überhaupt ist. Super sympathisch. Lasst auf jeden Fall Liebe da. Aber ich denke, dass jeder von euch sie auch schon kennt. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir das Video hier gefallen hat, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend für dich. Ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.